herzlich willkommen zu meinem neuen video heute mit stativ und einem lichtring jetzt habe ich eigentlich alles gekauft mal gucken jetzt muss richtig losgehen auf geht's ich Um, 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 um. Um, 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 um so Okay. Magst du, wie dir die Haare im Gesicht kitzeln? Die Haare im Gesicht kitzeln Zehn du, wie dir die Haare im Gesicht kitzeln? Zdarst du was Zitzen. Okay. Das war's für heute. 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 Okay. Das kleine Scheißele auch noch abmachen. Okay. So. 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 Das war's für heute. Und hier oben auf meine Das ist meine Lieblingscreme. Da habe ich das T-Shirt heute passend zu hören. Naja, fast passend. Das ist meine Lieblingscreme. Das ist meine Lieblingscreme. Das ist meine Lieblingscreme. Und wenn es euch gefallen hat, auch gerne ein Abo da lassen. Ja, also ich habe jetzt hier eigentlich wirklich alles was man brauchen kann. Und das mit dem Ring und dem Stativ, das ist halt viel besser, als wenn ich das iPhone dann zwischen zwei Bierdosen oder Adlerdosen quetschen muss, damit es nicht umkippt. Weil ich mache die Videos lieber hochkant als quer, weil wenn ich es quer mache gucke ich immer in eine Richtung. Und das nervt mich dann selbst total ab. Ja, dann wünsche ich euch noch einen duften Abend. Und habt Spaß. Macht altes was ich auch machen würde. Und da würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Mas. Vielen Dank.